Was kostet eigentlich Sicherheit? Polizei! Häufig werden Libertäre, Anarchisten, Voluntaristen, aber auch Minimalstaatler gefragt, wie Sicherheit in einer Privatrechtsgesellschaft funktionieren soll und ob sich das nur Reiche leisten können. Um das Thema aufzugreifen, möchten wir gerne erst einmal eine Bestandsaufnahme machen und offenlegen, was die Sicherheit in Form der Polizei beim heutigen Staatsmonopolisten kostet. Um die Kosten abschätzen zu können, haben wir uns drei Bundesländer ausgesucht und untersucht, was das Land pro Bewohner und Monat für Polizei ausgibt. Wir haben uns für NRW mit einer niedrigen, Bayern mit einer mittleren und Berlin mit einer hohen Polizeidichte entschieden. Die Polizeidichte beschreibt das Verhältnis von Polizisten zu 100.000 Einwohner. Das Land NRW hat knapp 18 Millionen Einwohner und Polizeikosten von 3,6 Milliarden Euro jährlich. Der Freistaat Bayern hat knapp 13 Millionen Einwohner und Polizeikosten von 3,8 Milliarden Euro jährlich. Und das Land Berlin hat knapp 3,7 Millionen Einwohner und Polizeikosten von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das bedeutet, NRW gibt 16,88 Euro, Bayern 24,10 Euro und Berlin 35,11 Euro pro Monat und Einwohner für Polizei aus. Darin sind Gehälter, Gebäude, Fahrzeuge, Instandhaltung, Investitionen und ein riesiger, ineffizienter Verwaltungsapparat enthalten. Soweit die Bestandsaufnahme. Wer sich zu diesen Zahlen gerne seine eigenen Gedanken machen möchte, dem danken wir jetzt für seine Aufmerksamkeit. Die Quellen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wer gerne die persönliche Meinung des Sprechers zu Möglichkeiten der Umsetzung in einer Privatrechtsgesellschaft ohne Staatsmonopol hören möchte, ist herzlich eingeladen weiterzuschauen. ZwinkerSmiley Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich keine Glaskugel besitze und nur einer von 83 Millionen Marktteilnehmern in Deutschland bin. Meine Einschätzungen können denen aller anderen widersprechen und in der Realität des freien Marktes ganz anders aussehen. Ich bin der Überzeugung, dass Monopole nicht die beste Leistung zum besten Preis anbieten können, da sie häufig zu große Strukturen bilden und ineffizient arbeiten. Zudem ist beim Staatsmonopolisten der Preis nicht verhandelbar und der Vertrag nicht kündbar. Dadurch fehlt der Anreiz, den Kunden zufriedenzustellen und sich in einem kontinuierlichen Prozess zu verbessern. Der Kunde kann ja schließlich nicht weg. Der Anreiz, den Kunden von seiner Dienstleistung zu überzeugen, fehlt im Gegensatz zu konkurrierenden Unternehmen fast vollständig. Daher bin ich der Meinung, dass der Steuerzahler zu viel für die angebotene Leistung zahlt und ein freier Markt für Sicherheit zu niedrigeren Preisen und oder besseren Dienstleistungen führt. Weiteres Einsparpotenzial sehe ich in dem Wegfall von Verfolgung opferlose Verbrechen wie etwa Drogenbesitz oder das Betreiben eines reichweitenstarken Streaming-Angebots. Man kann leider nur spekulieren, wie hoch das Sparpotenzial ist, da es keine belastbaren Zahlen für die Kosten der Verfolgung opferloser Verbrechen gibt. Jedoch lässt sich nicht abstreiten, dass eins vorhanden ist. Somit dürften die Kosten bei gleichbleibender Sicherheit in einem freien Markt eher fallen als steigen. Im weiteren Verlauf wird es etwas spekulativer, da findigen Geschäftsleuten sicher bessere und effizientere Methoden einfallen als mir. Dass es zahlreiche Angebote geben wird, scheint jedoch fast offensichtlich. Denn Sicherheit ist ein von fast jedem nachgefragtes Gut. Und bei solch einer hohen Nachfrage wird es sicherlich auch Angebote geben. Ich möchte nun auf die mir oft gestellte Frage eingehen, wie private Sicherheit organisiert sein könnte. Für eine Gesellschaft ohne staatliche Polizei kommt dir wahrscheinlich erst einmal in den Sinn, dass es massenweise zu Selbstjustiz kommt. Und ich möchte dir erklären, dass es handlungslogisch nicht die vernünftigste Methode ist, um an sein Recht zu kommen und dass private Unternehmen und Versicherungen die Leistung des Staates ebenfalls anbieten könnten. Um möglichst praxisnah zu bleiben, wollen wir uns zwei Beispiele herausnehmen, wann du heute die Polizei rufen würdest. Das wäre erstens eine Körperverletzung an dir und zweitens ein Diebstahl, der dir zur Last fällt. Also einmal eine Verletzung des Selbsteigentums und eine Verletzung des Sacheigentums. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich in einer Gesellschaft ohne Staat gegen diese beiden Fälle versichert hast. Mit welchen Kosten du rechnen kannst, habe ich ja bereits früher im Video dargelegt. Fall 1 Du gerätst mit jemandem in Konflikt und es kommt zu einer Rangelei. Bei dieser Auseinandersetzung wirst du verletzt. Du rufst also den Notruf, den es auch in einer Ordnung ohne Staat geben wird, da sich eine Notrufzentrale als praktikabel und nützlich erwiesen hat. Diese Notrufzentrale schickt das nächstgelegene Sicherheitsunternehmen zu dir, das den Fall aufnimmt und deiner Versicherung meldet. Diese wird eine Fahndung nach dem Täter ausrufen und eine Belohnung auf die Ergreifung desselbigen aussetzen. Somit haben auch andere Sicherheitsunternehmen ein Interesse daran, den Täter schnellstmöglich ausfindig zu machen. Zum weiteren Ablauf wie Verfahren und Bestrafung des Täters möchte ich gerne in einem weiteren Video eingehen. Doch auch ohne weiter den Ablauf zu skizzieren, konnte ich recht einfach darlegen, dass es realistisch ist, auch ohne Staat Hilfe zu bekommen, wenn du sie benötigst. Fall 2 Dir wird dein Auto gestohlen. Auch hier ist der einfachste Weg für dich, deine Versicherung anzurufen, die das Auto zur Fahndung ausschreibt und eine Belohnung auf die Wiederbringung und die Ergreifung des Täters aussetzt. Verschiedene Detekteien werden sich nun auf die Suche nach deinem Auto machen. Der Anreiz besteht darin, die Belohnung durch die Versicherung zu kassieren, wodurch sich dann auch eine schnelle Abwicklung ergibt. Jede Detektei legt besonderen Wert darauf, das Auto so schnell wie möglich wiederzufinden, da die Belohnung nur an den schnellsten ausgezahlt wird. In diesem Fall wäre aber auch Selbstjustiz denkbar. Hast du dein Auto zum Beispiel mit einem GPS-Sender ausgestattet und kannst den Besitz über das Auto selbst wieder erlangen, ist das dein gutes Recht. Wünschst du eine Ergreifung oder Bestrafung des Täters, ist es hier jedoch wieder sinnvoll, das deiner Versicherung zu überlassen. Ich hoffe, ich konnte dir gut darlegen, wie Versicherungen und finanzielle Anreize zur Ergreifung des Täters sehr effizient zur Aufklärung von Straftaten durch private Unternehmen führen. Und verabschiede mich für dieses Video. Wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen und laden dich zur Diskussion in der Kommentarsektion ein. Gerne kannst du das Video auch mit deinen Freunden und Bekannten teilen und uns weiterempfehlen. Vielen Dank. Das ist doch scheiße. Jedes Mal der gleiche Fehler. Verdammte Scheiße. Doch auch ohne weiteren... Doch auch ohne weiter den Ablauf zu... Doch auch ohne weiter den Ablauf zu... Boah. Oh Gott. Was hab ich da geschrieben? Ah. Scheißdreck.